Entspannte Zeit auf Sylt. Selten, dafür umso schöner. Caroline Beil, 54, hat seit langem mal wieder ein Pärchenfoto mit ihrem Mann Philipp Sattler geteilt. Und auf dem stimmungsvollen Foto lässt sich nicht nur optisch erkennen, wir gehören zusammen. Caroline Beil und ihr Mann haben sich offenbar eine kleine Auszeit auf der Ferieninsel Sylt gegönnt. Warmes Licht, sanfte Ehrtöne, entspannte Gesichter. Den Tag ließen sie dabei in der legendären Sansebar mit einem Gläschen Wein ausklingen. Die Aufnahme hat die Schauspielerin und Moderatorin mit Hashtags dankbar, gute Zeiten und glückliches Paar versehen. Die Moderatorin und der Zahnarzt sind seit 2018 verheiratet. Gemeinsam haben sie Töchterchen Ava, die bald ihren vierten Geburtstag feiert. Philipp Sattler ist Caroline's dritter Ehemann. Das Ja-Wort gaben sich die beiden damals auf dem schottischen Schloss Dunskastel.